Einfach auf Play. Ich bin soweit. So, servus ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid heute zum Jumping. Macht schon mal alle Fenster, Türen auf, die ihr so habt, es wird warm heute. Oder stellt euch am besten gleich draußen auf die Terrasse und lasst die Nachbarn teilhaben. Vielleicht machen die auch noch mit. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lang umeinander, wir fangen gleich an. Somit, auf geht's! 've、 oh Leyabe, oh Leyabe, hey. Oh conhemaz it. Ja, I just keep it on the down low such as nobody's supposed to know So I creep, yeah cause he doesn't know what I do And no attention calls to show So I creep, yeah 3, 2, 1, 6 Das ist gut. Oh no! Wooh! Onschlitten! Yeah! Facing! Facing! Nine, five, eins, scissors! Yeah! Facing! Wooh! Yeah! And out! Off! Work! Me! Let's go! Nice! Not too long! Nice! Tief durchatmen. 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 Sing it! Ha! Oh, tiptoe! 1 und 1 1 und 1 und 1 1 und 1 und 1 Double Ray Bomb Take Up Cut Luft holen Bounce Balance Ja! Schließe! Side Step Side Step Drop Step Side Step Side Step 4 1 1 1 2 2 3 3 Wir sind mit dem Rumpfrapp! Wahoo! Oh, das ist das! Ja! Oh Die Flucht Achtung Auf 10, 2! Yeah! Stop, stop! Wahoo! Wahoo! Sehr geil! Wunderbar! Winken! Ja, woran seht ihr, dass es live ist, was wir machen? Ganz einfach an der Sonne, die quasi hier brutal gerade durch die Dachfenster reinscheint und der Antonia wie so einen kleinen Heiligenschein zaubert, aber der so arg, dass man sie nichts mehr sieht und ihr sie dann auch nicht mehr wirklich seht. Darum müssen wir da immer so ein bisschen improvisieren mit Schatten da oben. Und gerade eben hat sich der Schattenmacher ein kleines bisschen verabschiedet, aber jetzt geht er ja wieder. Von daher, jetzt passt es mal. Hoffentlich hält er, wir werden anschauen. So, ich würde sagen, wir machen weiter. Atmet ganz tief durch. Okay! All I do is daydream. They been sleeping on my side. Just trying to see what they see. Okay! Hop, hop, hop! Jawoll! Mein Schattenmacher ist schon wieder verschwunden. Oh, Bart! Mach! Hop, hop, hop! Lecker! Jawoll! Fertig! Okay! Zwei! Reine! Zwei! Eine! Ja! Ha! Ha! Schließen! Ja! 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 Verse 4 Zwei! Huo! Mach! Wuh! Ja, boi! Ja, boi! Ich hoffe, ihr seht mich hier. Drei, zwei, eine, Vollgas. Drei, zwei, eine, Vollgas. Jawoll! Drei, zwei, eine, Vollgas. Drei, zwei, 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 eins, Vollgas. Drei, zwei, 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 Vollgas. Wechseln. Ticktoe. Beat. Yeah. Yeah. Jawohl. Yeah. Und auch. Ganz locker. Okay. Drei. Drei. Eins. Heiß. Hau! Wuhu! Wuhu! Hau! Wuhu! Wuhu! Durchatmen! Perfekt! Hol Luft! Wuhu! 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 Okay! So, ich hoffe ihr schwitzt genauso doll wie ich! Mir ist unfassbar warm heute! Trinkt was! Trinkt was! So! Okay! Okay! Atmet ein bisschen! Weiter geht's! Okay! Golly! Jogging! Jogging! Wuhu! Buss! Jogging! Ah! 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 Was? Waaaah! Hopp! 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 Oh, hi! Oh! 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 Oh, yes! Oh, my God! Stop it! Woo! Oh! Tief Luft hoch! Oh! 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 Komm! Oh! 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 Super! Schöne! Sehr gut! Durchatmen. Hier. Da. Drei, zwei, eins, sechs, sechs. Ja, das ist die Musik! Ja! Ah! Double heel! Ganz locker! Twist! Woo! Einmal noch Gas geben! Dann haben wir's schon! Einmal noch! Einmal! 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 Woohoo! Ja! Einmal! 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 Woohoo! Ich bin begeistert, dass ihr trotz diesem wunderbaren Wetter wieder im Livestream mit dabei seid. Ich meine, an einem Regentag ist es ja was ganz Selbstverständliches mittlerweile. An einem Tag wie heute bin ich umso mehr begeistert und sag mal, auch im Namen der Antonia vielen lieben Dank für euer Dabeisein, für euer Engagement, fürs Mitmachen. Und ich habe gesehen, dass die Jumping-Videos extrem geil ankommen. Also, da sind Aufrufzahlen drauf. Das freut uns natürlich und vor allem, dass ihr mit dabei seid, noch umso mehr. Nachdem es ja, ja, ich glaube wir sind in der siebten Woche immer noch keine Lockerungen gibt, noch keine Ideen, noch keine Pläne, wie das mal weitergeht, ist das dann doch eine Sache, die hoffentlich nicht zum Dauerzustand wird. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber, naja, man weiß ja nicht, lassen wir uns einfach überraschen, wie es weitergeht. Wir sehen uns dann spätestens zur Weihnachtsfeier im Stadel wieder. Also, Christian, wir wollen jetzt hier mal nicht den Teufel an die Wand malen, ne? Ja, mein Gott, was soll ich sagen? Sag doch so einen Quatsch nicht. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ausgeschnaupt. Ich muss sagen, ich finde es heute wirklich extrem anstrengend. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ich zerlaufe, ich schwitze gefühlt sämtliche Flüssigkeiten aus mir raus, die ich überhaupt besitze und muss gerade noch ein bisschen Zeit schinden, um etwas zu atmen zu kommen. Achso, ja gut, ja. Nein, Quatsch. Wir können weiter machen. Ja, ja, normalerweise ist es ja immer so, dass ich zu lange rede und du einfach schon längst wieder parat stehst, aber wenn du Zeit schinden musst. Nein, nein, wir können starten. Also gut, dann holt Luft. Wir bouncen. Das heißt, entspannt euch. Schwitzt alles raus, was ihr habt. Okay. Immer weiter jetzt keine Pause. Ohne Umweg geradeaus. Kalorien und Zeit gespart. Keine Kurven, keine Kurven. Du schaust dich im Spiegel an. Du checkst wirklich jedes Kilogramm. Doch du siehst nicht aus wie die. Die perfekten MTV. Achso. Je tiefer du gehst, desto ansprichender ist es. Auf. 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 Hier fehlt was, das mehr Gewicht hat. Wollen rund und ein Gesicht hat. Zucker, Baby, rundes Ding. Wo sind deine Kuchen hin? Auf. Hier fehlt was, das mehr Gewicht hat. Eine Meinung, die ein anderer nicht hat. Lass deine Sachen schwingen. Wo sind die? Wo sind die Kuchen hin? Zu Seite. Ich hab als Tieres Bock auf Haribo. Die machen alle nur nicht Models froh. Ja. Achtung, Achtung. Scheiß Zero. Scheiß Zero. Du bist gut tot. Ist dein Finger jetzt dein bester Freund. Für die Figur, von der doch jeder träumt. Mach dich locker, brech dein Wort. Für eine runde Ritter Sport. Zu fern. Oh Mann, hier kriegt jeder sein. Irgendwann gibt es Google-Light. Doch das Lied ist ungefähr so kerngesund wie Tom Schmerz. Hier fehlt was, das mehr Gewicht hat. Wollen, Mund und ein Geschenk. Zucker, Baby. Fester. Wo sind deine Kuchen hin? Hier fehlt was, das mehr Gewicht hat. Eine Meinung, die ein anderer nicht hat. Auf. Lass deine Sachen schwingen. Wo sind deine Kuchen hin? Check it. Ey, yo. Flat screen, flat screen. An der Wand. Wo ist das Pferd hin? In Deutschland. Wer hat meinen Appetit gestohlen? Halt dich klar. Oder war ich dir wohl? Wo sind die Frauen hin? Überall nur Kinder. Auf dem Laufsteg würde es jeden Tag schlimmer. Kein Dekolleté, nur noch knochige Rippen. Ich hätte lieber echte, ordentliche Hüspies. Wen interessiert, welchen Umfang dein Bauch hat? Wer entscheidet, was deine Frau ausmacht? Ein Starbounce ist nicht immer flass. Sie ist Cindy aus Marzahn und Dirk Bass. Hey Digga. Kommt nicht von ungefähr. Ein kleines Fettpolster. Ist einfach gemütlicher. Ab wann ist man zu dick und wann nicht? Entscheide selbst und dann entspann dich. Hier fehlt was, das mehr Gewicht hat. Und voll Mund und ein Gesicht hat. Zucker, Baby, Hundes Ding. Wo sind deine Kunden hin? Hier fehlt was, das mehr Gewicht hat. Eine Meinung, die ein anderer nicht hat. Und schließen. Wir bleiben zu. Und tief. Hier fehlt was, das mehr Gewicht hat. Hier fehlt was, das mehr Gewicht hat. Yes! Super gemacht! Ihr dürft euch euer Handzug holen. Legt euch hin. Rumba! Ihr dürft euch hinlegen. Ich muss noch einmal die Technik hinten rauspummen. Ich schaff's, glaube ich. Hab's schon? Schon, ladies? So, ihr Lieben. Es geht los. Achtung! Hopp! Hopp! Nehmt die Hände ganz bewusst nach vorne. Nicht Schwung holen. Und nach hinten. Und. Achtung! Immer abwechselnd. Spannung im Bauch. Jawohl. Sehr schön. Und. Geschrecken. Und. Sehen wir voran. Yeah! Auf geht's. Und. Auf geht's. Spannung im Bauch halten. Und. Auf geht's. Spannung im Bauch halten. Si. Push. Yeah! Auf. Si. Push. 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 Yeah! Und. Sehr. Sehr süß. Jawohl. Push. Push. Up. Zieh. Und. 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 Schreck. 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 Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Also ihr wisst es ja mittlerweile bereits. Ich wiederhole mich ja. Aber ihr könnt im Anschluss an diese Stunde, an diesen Kurs natürlich dranbleiben. Ähm. Um. 18.30. Also in einer guten Viertelstunde geht's schon wieder weiter mit der Antonia. Da macht sie nochmal das Bauch, Beine, Po, Workout heute. Also dieses Mädel ist sowas von fleißig. Macht da zwei Stunden hintereinander. Und ihr solltet das auch tun. Weil sie macht's euch ja vor. Also was sie kann, könnt ihr ja eigentlich auch. Schon lang. Das heißt, es ist nicht vorbei. Ihr dürft dranbleiben. Und äh. Dann geht's weiter. Danach. So. Dann. Pack ma's. Entspannt euch. Wohnt ganz tief Luft. Versucht ganz rückzuatmen. Puh. Okay. Auf. Zieht euch lang nach oben. Groß machen. Genmer. Motive. Mira. Eine. Eine. Tutare, Ture Soha Untare, Tutare, Ture Soha Untare, Tutare, Ture Soha Untare, Tutare, Ture Soha Untare, Tutare, Ture Soha Oh Manni, Bad Man 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 One tie, two tie Two days so hot Lass dich fallen. Und zieh es nach unten, den Po. Und schreck. Einmal noch tief. Und hoch. Oh, Manni, Benjamin. Oh, Manni, Benjamin. Oh, Manni, Benjamin. Stell dich vorsichtig nach außen und geh zur Seite. Langsam wieder schliessen. Tief an die Ferse lasen und strecken. Aufrollen, einmal nach außen, drück die Ferse tief und wechseln. Langsam ausatmen. So, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche ja schon wieder. Auch wieder um 17.30 Uhr. Ich freue mich auf euch, wenn ihr jetzt gleich noch dran bleibt. Wir sehen uns hoffentlich gleich. Bis dann. Tschau.